Meine Damen und Herren, das, was wir der Presse entnehmen können über den Verlauf der gestrigen Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums, ist extrem besorgniserregend. Es zeigt, wenn sich die Nachrichten bewahrheiten sollten, eines, dass der Umgang mit Selektoren, gleich welcher Herkunft, in den Reihen des Bundesnachrichtendienstes mit allem anderen behandelt wurde als mit Sorgfalt. Zwei Jahre, nachdem Snowden-Veröffentlichungen uns erreicht haben, zwei Jahre, nachdem die Bundeskanzlerin gesagt hat, Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht, und zwei Jahre, nachdem angeblich der amtierende Präsident klare Weisungen in sein Haus erteilt hat, dass keine rechtswidrigen und interessenswidrigen Selektoren zu verwenden sind, kommt jetzt die Nachricht erneut auf den Tisch, dass angeblich in einem BND-Profil interessenwidrige Selektoren, Suchbegriffe, E-Mails, Telefonnummern verwendet worden sind. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Es zeugt vor allen Dingen von einem Umstand, dass wir allerschwerste Organisationsmängel im Bundesnachrichtendienst haben und dass auch die Kontrollinstitutionen, namentlich hier das Bundeskanzleramt, in der Verzahnung und Vernetzung mit dem Bundesnachrichtendienst nicht funktionieren. Das sind sehr schwerwiegende Vorfälle und es wirft ein Licht, ein schlechtes Licht auf viele Aussagen von Zeugen, die wir bereits im Untersuchungsausschuss hatten. Und es zeigt in der Tat eines sehr deutlich, dass das berühmte Zitat der Kanzlerin, das Ausspähen unter Freunden, gar nicht ginge, dass das tatsächlich auch vom BND selbst nicht gelebt wird, dass auch der BND hier Spionage nach seinen Möglichkeiten und nach seinen Fähigkeiten betreibt und dort nicht zwischen Freund, Partner und Feind unterscheidet. Das ist ein Denken aus Zeiten des alten Krieges und das zeigt vor allen Dingen eines sehr deutlich, dass wir nicht lange in diesem Untersuchungsausschuss warten sollten, bis wir einen tausend Seiten starken Abschlussbericht schreiben am Ende der Legislaturperiode. Die SPD-Fraktion hat klare Vorstellungen vorgelegt, was jetzt gesetzgeberisch zu tun ist. Wir müssen eine grundlegende Struktur des BND-Gesetzes vornehmen. Wir müssen Dinge, die bisher im Graubereich operieren und gehandhabt werden, wie zum Beispiel die gesamte Auslands-Auslandsüberwachung, die müssen endlich rechtsstaatlich geregelt werden mit klaren Rechtsgrundlagen. Und wir müssen dafür sorgen, dass es im BND, insbesondere beim Einsatz von Selektoren in diesem Bereich, keine kontrollfreien Räume mehr gibt. Nur diese Umstände, dieser Wildwuchs, dieses Organisationsversagen der letzten Jahre haben dazu geführt, dass all diese Probleme jetzt mit Wucht auf unseren Tisch schlagen, das ist ein Zustand, den kann man nicht mehr länger tolerieren. Und es ist jetzt die Aufgabe des Bundeskanzleramtes, namentlich des Bundeskanzleramtes, endlich grundlegende Reformvorschläge vorzulegen, die über eine bloße kosmetische Maßnahme hinausgehen. Da werden wir als SPD-Fraktion nicht mitmachen, denn das, was sich jetzt hier zeigt, sind ganz schwerwiegende Vorwürfe. Ich bin der festen Überzeugung, dass beispielsweise innerhalb der Europäischen Union, dass wir innerhalb der Europäischen Union bei einem so hohen Integrationsstand, den wir erreicht haben, wir haben eine gemeinsame Währungsunion, wir haben Kapitalfreiheiten, wir haben Dienstleistungsniederlassungsfreiheiten, dass wir hier sehr wohl sagen müssen, wir müssen uns endlich darüber unterhalten, wie man beispielsweise europäische Partner schützt, und zwar auf einem angemessenen Niveau. Ich halte es für erforderlich, dass das Niveau gleich ist, wie das bei G10-Daten, sprich bei Deutschen. Ich weiß sehr wohl, dass wenn wir so etwas tun würden, dass das zunächst einmal auch innerhalb Europas ein Alleingang ist, was aber daran liegt, dass die gesamte Geheimdienstwelt nicht nur in Deutschland seit vielen Jahrzehnten im Dunkeln arbeitet und eben diese ganzen Themen bisher nicht wirklich offen diskutiert worden sind. Ich bin der Überzeugung, dass es nicht sein kann, dass ein deutscher Nachrichtendienst, die EU-Kommission ausspioniert beispielsweise, dass ein deutscher Nachrichtendienst ausspioniert beispielsweise Regierungsmitglieder befreundeter Staaten, in dem Fall beispielsweise einer französischen oder spanischen Regierung. Ich glaube auch, dass das nicht Gegenstand des Auftragsprofils der Bundesregierung ist. Und allein dieser Umstand zeigt deutlich, dass man sich hier nicht nur in einem Graubereich befindet, sondern dass man hier wirklich teilweise wahrscheinlich schon auch die Grenze zum Rechtswidrigen überschritten hat. Das wird man im Einzelfall genau prüfen müssen, aber all dies ist derzeit ein so extremer Vorwurf, dass wir jetzt endlich uns darüber unterhalten müssen, wie wir hier zu gemeinsamen, vernünftigen Standards kommen. Und ich bin sehr dafür, dass wir den Untersuchungsausschuss nutzen, um in Deutschland hier unsere Hausaufgaben zu machen.